Hi, wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware-Checkern. Wir schauen uns heute das Fractile Design Core 500 an. Das ist dieses hübsche Teil hier. Das ist ein ITX-Gehäuse, was möglichst viel Hardware aufnehmen möchte. Und wie ihr auch schon seht, hier passt ein normales DVD bzw. Braille-Laufwerk rein. Was das Teil sonst so kann und ob das für 55 Euro was für euch ist, dazu mehr in meinem Video. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein ITX-PC zusammenzubauen, der wird sich meistens fragen, Ja, soll es groß-klein sein, will ich damit zocken? Wie will ich es kühlen? Wasser, Luft und so weiter und so fort. Ich hätte gerne aber noch ein DVD-Laufwerk und dies und das und jenes. Wenn man sich dann die meisten ITX-Gehäuse ansieht, wird man feststellen, irgendwas passt dann immer nicht. Da passt kein CD-Laufwerk rein, da passt mein großer Kühler nicht rein, da passt meine Wasserkühlung nicht rein und dies und das und jenes. Das hier, da passt alles rein, was ihr reinbauen möchtet, von der Wasserkühlung bis zur normalen Luftkühlung und auch ein DVD-Laufwerk. Das Core 500 gibt es bei uns in Deutschland für aktuell knappe 55 Euro. Dafür kriegt ihr dieses Teil hier mit einem kleinen Zubehörpaket natürlich. Da gibt es eine Broschüre von Fractal Design. Da sind ihre ganzen Gehäuse und Kühlung und was sie alles haben aufgelistet. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr noch irgendwas sucht. Dann natürlich ein Quick-Start-Guide dabei und im Gehäuse selbst noch fixiert mögliche Schrauben und Kabelbinder. Das wäre es heute im Lieferumfang. Machen wir weiter mit dem eigentlichen Gehäuse. Fangen wir zuerst mal mit der Außenhaut an. Die ist Fractal Design-Typisch sehr schlicht und edel gehalten. Alles komplett in schwarz. Die Front macht den Anschein, dass es eloxiertes Aluminium ist. Allerdings ist das gebrushter Kunststoff. Allerdings tut das der Verarbeitung keinen Abbruch. Denn das ist trotzdem sehr gut. An der Seite hier noch ein bisschen Mesh, der natürlich auch so sich als Lufteinzug dient. Auf der Oberseite dann das I.O.-Panel. Das ist ausgestattet mit 2x USB 3.0 Audio in, Audio out, Power-on-Reset-Schalter. Der Rissetschalter lässt sich mittlerweile zur Freude von mir natürlich auch sehr gut ohne Stecknadel drücken. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und im hinteren Bereich hier finden wir eine Öffnung. Darunter können wir wahlweise 220 oder 240 mm Lüfter installieren und passend dazu natürlich auch entsprechende Radiatoren, wenn es denn hier eine Wasserkühlung sein soll. Auf den Seiten dann ebenfalls fast geschlossen komplett. Allerdings mit Lufteinlässen zum Beispiel mal hier und auf der anderen Seite hier. Das dient zur Luftzirkulation, wie angesprochen, dass eben die Kühlleistung etwas gesteigert wird, denn das Gehäuse hat trotzdem kein großer Midi-Tower. Auf der Rückseite dann ersichtlich das ITX-Mainboard, hier die Aussparung für die Ausgänge, hinten der Kaltgerätestecker für das intern verbaute ATX-Netzteil. Wir können hier Dual-Slot-Grafikkarten einbauen, sprich auch größere Modelle von Asus, MSI oder wen ihr da sonst bevorzugt. Und im oberen Bereich haben wir einen vorinstallierten 140 mm Lüfter, der ist im Betrieb auch relativ leise. Ja, schauen wir uns die Innenwerte an und Fractal Design hat das sehr pfiffig gelöst, denn hier passt einiges an Hardware rein, was man von außen, wenn man das Gehäuse als erstes sieht, gar nicht gedacht hätte. Wir fangen einfach mal hier an. Ihr habt hier zwei Plätze für zwei 2,5 Zoll-Laufwerke, hier und hier. Also SSDs, einen dritten Platz, den gibt es versteckt hinter der Kunststofffront hier vorne. Dafür müsst ihr die natürlich abziehen. Dann könnt ihr hier auch noch eine dritte SSD zum Beispiel anbringen. Und des Weiteren bietet sich hier die Möglichkeit, zwei 3,5 Zoll-Laufwerke anzubringen und auch noch eines unter dem 5,25 Zoll-Schacht, der zur Front rausgeht. Denn auch ein DVD- oder Blu-Ray-Laufwerk kann hier ohne Probleme eingebaut werden. Dann drehen wir das ganze Teil mal. Dann seht ihr nicht nur das kleine Zubehörpaket hier noch festgetagert unten an dem Halterahmen, sondern auch den Platz für das Netzteil. Hier können bis zu 16 cm modulare Netzteile in der Tiefe oder 17 cm nicht-modulare eingebaut werden. Unter dieser Luftdurchöffnung hier ist natürlich ein Staubfilter integriert. Den könnt ihr einfach rausnehmen, wenn er ein bisschen dreckig ist, sauber machen und wieder reinpacken. Dann kriegt auch das Netzteil nicht so viel Staub ab. Im hinteren Bereich hier natürlich das ITX-Mainboard wird hier platziert. Ihr könnt ja CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 17 cm einbauen. Natürlich müsst ihr da schauen, dass wenn ihr hier oben zum Beispiel zwei Lüfter reinmacht, dass das da nicht kollidiert. Aber das ist ja das kleinere Problem. Und auch für GPUs mit einer Länge von bis zu 31 cm ist in diesem Gehäuse Platz. Das alles sieht man auf den ersten Blick gar nicht, aber Fractal Design hat sich hier wirklich sehr was dabei gedacht bei der Konzipierung. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze dann mit etwas eingebauter Hardware aussieht. Kommen wir zum Fractal Design Core 500 mit eingebauter Hardware. Das ist ein AM1-System mit einem normalen Seasonic-ATX-Netzteil sowie einer Sapphire R7 250 Ultimate. Und darin verbaut ist auch noch eine Blackstore-SSD. Ja, was gibt es zuallererst mal zu sagen? Ihr solltet bei diesem Gehäuse erst einmal auf ein modulares Netzteil setzen. Warum das ganze Kabelmanagement ist beim Core 500 ein kleines Problem. Nicht sehr zuletzt aufgrund der kompakten Abmessung und was da alles reinpasst. Wenn wir uns das mal von oben betrachten, sehen wir schon, die Kabel zu verlegen ist da etwas problematisch. Mit viel Zeit und Nerven kann man das dann auch etwas irgendwie hinbiegen. Allerdings, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt hier noch ein CD-Laufwerk drin, einen fetten Luftkühler, eine etwas längere Grafikkarte und noch mehr Laufwerke, dann wird das Ganze schon sehr knifflig, wo man denn die ganzen Kabel da überhaupt verstauen soll. Daher erstmal ein modulares Netzteil. Weiterhin ist es interessant, dass GPUs, jetzt hier als Beispiel, das ist eine passive Kraka, die dürfen nicht höher sein als der eigentliche Slot, sonst haben wir nämlich ein Problem, dass die hier hinten an diesem Laufwerkskäfig anschlagen. Das muss man auch beachten, wenn man sich hier eine GPU aussucht für dieses Gehäuse. Wenn wir uns das Ganze jetzt von der anderen Seite betrachten, dann sehen wir schon, hier die SSD ist montiert, das funktioniert wunderbar, da gibt es nichts dran auszusetzen. Der Netzteilstecker hier unten ist ein bisschen problematisch. Ihr müsst den Kaltgerätestecker vom Core 500 hier vorher ins Netzteil reinstecken und dann erst das Netzteil reinschieben und festschrauben, denn ihr kommt da sonst nicht dran. Das geht sonst sehr schwer, beziehungsweise bis gar nicht. Ansonsten, wie angesprochen, Kabelmanagement ein Thema. Wenn wir jetzt hier noch einen großen Luftkühler drin hätten, ist da natürlich noch weniger Platz und ein CD-Laufwerk, daher muss man sich überlegen, ob vielleicht hier nicht eine Kompaktwasserkühlung angemessener wäre. Hier oben kommt der Radiator drauf, da hat man gleichzeitig das Problem gelöst von der CPU-Kühlung und auch der Abluft nach oben, aber das ist natürlich eine persönliche Frage. Zum Schluss kann ich sagen, dass das Fractal Design Core 500 einen guten Eindruck im Test in der Liste Verarbeitung ist, wie eben bei Fractal Design hervorragend. Es bietet ein schlichtes Design und jede Menge Features, was man alles einbauen kann. Da kommen wir auch gleichzeitig zum kleinen I-Pünktchen, man sollte sich überlegen, was man wirklich alles einbauen möchte. Besonders in Bezug auf das Kabelmanagement, da wieder einmal zuerst wie angesprochen, ein modulares Netzteil verwenden und sich überlegen, was brauche ich und was will ich. Man kann ja sehr viel einbauen, CD-Laufwerk, viele Laufwerke, eine lange GPU, einen großen Luftkühler. All das hat natürlich seine Vorteile, allerdings muss man beachten, dass man da auch irgendwie die Kabel dann hinführen muss. Je mehr Laufwerke und so weiter ihr drin habt, desto mehr Kabel müssen auch verlegt werden. Das ist ein kleiner Knackpunkt am Core 500, wenn ihr ein etwas kleineres System einbaut mit weniger Kabeln, sagen wir mal nur ein Laufwerk und ihr könnt aufs CD-Laufwerk verzichten, dann habt ihr natürlich da oben extrem viel Platz drin, um die Kabel sauber zu verlegen. Wenn ihr alles bestückt, dann wird das Ganze etwas problematisch, da muss man sich dann überlegen, wie man das macht. Für 55 Euro ist das Core 500 durchaus eine Empfehlung wert. Wenn ihr ein etwas geräumigeres ITX-Gehäuse sucht, schaut es euch einfach mal an, vielleicht ist das ja was für euch. Das wäre es soweit von mir, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.